Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Shin Megamade Tensei. Ich habe schon lange nichts mehr aufgenommen. Ich habe zwischendurch mal was aufgenommen gehabt. War dann aber leider ein bisschen unglücklich mit dem Soundfallen und alles mögliche und deswegen die Welt jetzt auch sozusagen nicht das Hauptmikro hören, was ich gerade habe. Denn ich brauche für das Mikro ein XLR-Kabel. Das habe ich nicht. Ich wusste nicht, dass ich das brauche. Das habe ich mir jetzt bestellt und es wird jetzt bald ankommen, denke ich mal. Also am Dienstag, heute ist Sonntag, heute am Wochenende. Und ja, ich habe ein paar Probeaufnahmen gemacht. Jetzt nicht von Shin Megamade Tensei, sondern von anderen Spielen. Und habe dann so festgestellt, okay, das Mikrofon mit dem, also ich, mit einem Kopfhörermikrofon, was ich gerade habe, ist es okay. Also die Stimme ist okay, finde ich. Es ist nicht so ein, so ein Schall. Und ja. So, beim letzten Mal sind wir, glaube ich, zum ersten Mal hier reingegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das bedeutet, dass ihr hier jetzt auch sozusagen schon seht, die Map ist aufgedeckt, aber ich habe noch nichts sozusagen aktiviert. Ich habe eine Aufnahme ja schon gemacht gehabt und dort ist sozusagen was passiert, das nicht geil war, denn ich habe einen Gegner angegriffen. Den werden wir auch gleich angreifen, hoffe ich zumindest, dass ich da noch ungefähr weiß, wo es hingeht. Und ich muss gerade überlegen, ich sehe gerade, dass ich ein massives Problem habe, denn ich habe gar nicht so viele Eisfähigkeiten. Und ich glaube, der nächste Boss ist Schmach gegen Eis. Und ihr seht, ich habe nirgends wo Eis gehabt. Wie mache ich denn das? Mensch, das hat doch irgendeine Eis gehabt, oder nicht? Auch zusätzlich. Ne, anscheinend nicht. Hm. Na gut, dann müssen wir das mal wirklich versuchen, hier irgendwen jetzt Eis breit zu bringen. Oder mal zu fusionieren. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was wir aber auch brauchen ist Immun gegen Blitz. Was ist das denn? Sieht ja auch cool aus. Oh, ich sehe gerade, der hat auf Mana ein ziemlich krasses Plus. Der ist leider schwach gegen den Boss. Ja, wie Eis-Attack. Ja, die nehme ich sogar, glaube ich. Ja, komm. Nehmen wir. Und wir nehmen, wir nehmen auf jeden Fall Eis. Denn das brauchen wir nämlich gerade. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, Energy Drain ist super wichtig. Ist mega wichtig. Wir nehmen resist gegen Elektro. Denn sie hat nämlich hier gar nichts. Können wir das noch nehmen? Heilen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Die Kunda ist, glaube ich, auch richtig wertvoll bei dem Kampf. Und vielleicht aber auch Sun Dune. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir nämlich so ein Monster, was eigentlich ganz gut zaubern kann. Ich hoffe, es ist auch Sound-mäßig alles in Ordnung mit dem, mit dem In-Game-Sound. Er hat so ein bisschen was von, von Medusa, ne? Ist bestimmt auch eine Unterart von Medusa. Ja, okay. Azteken-Götin. Aus Night and Fear. Aha. Azteken. Ja, ja, die Azteken mal wieder. Das wäre auch geil. Den hier zu beschwören. Wobei, nee. Na gut. Das sollte erst mal... Reichen. Das Tum haben wir noch. Okay. Wir speichern mal ab. So, und zwar speichere ich hier. Denn falls das doch irgendwie die Misere wird, haben wir wenigstens die beiden Monster noch. So, wo ist sie denn? Hier. Das funktioniert nicht. Du bist ein Schmach gegen Blitz. Das ist echt schlecht. So. Wie gesagt, wir müssen erst mal dort hinkommen. Nimmst du auf? Ja. Nimmst du auf. War das rechts oder links? Ne, ich glaube rechts war das. Also, wie gesagt, das Mikrofon, was ich hier habe, das ist sozusagen erst mal Profoda. Aber ich hatte Bock jetzt endlich mal aufzunehmen. Ich habe ja gesagt, dass ich das schaffe mit dem, oder mache, dass ich wieder was aufnehme, wenn ich sozusagen ein besseres Mikro habe. Habe ich gerade nicht. Also, doch, es ist schon besser, denke ich mal, als das andere. Kann ich? Achso, ne, kann ich nicht. Und wenn man sich überlegt, das ist ein Stand-Mikro und, ja, es ist halt, es hat mich, also es hat mich ja ziemlich lange durchge-carried. Und. Naja. Ich bin, glaube ich, falsch. Aber ist egal. Wir, wir entdecken jetzt hier einfach mal. Oh, doch nicht. Okay. Warte mal, wollen wir dann jetzt hier einfach mal speichern? Ich denke mal, wir speichern einfach mal. Das war auch hier drauf. Und wir müssen auch noch das, also, wenn das andere Mikro funktioniert mit dem, dem Kabel, werde ich auf jeden Fall endlich mal weitermachen mit Shin Megami Tensei 6. Fünf? Fünf? Ich glaube, fünf ja, ne? Weil das habe ich ja auf der Nintendo-Konsole gespielt. Und da will ich auch Fireman endlich mal spielen. Ich bin Beelgebob. Und ich... Cop their forever. Ich bin Beelgebob. Ich bin, glaube ich, für ein und her. Ich bin, glaube ich, den... ... und hier. Ich bin Baal, die Mutter Inanna hat mir eine neue Form gegeben gegeben. Wollt ihr mich anew, Menschen. Seid ihr Seid, oder seid ihr von meinen Leuchten zerbrochen! Jeden. Natürlich auf Alice. So. Und Alice bufft uns die ganze Zeit. Also das ist ja sozusagen ihr Plan. Hatte der irgendwas gegen Lichtaufschwäche? Ne, okay. Der hatte die Stärke, okay. Wir werden auf jeden Fall erstmal mal Karakam machen. So. Das war gut. Ja, komm schon. Smirk? Ne, leider nicht. Okay, wir können ihn auch noch swabben. Wobei, wollen wir ihn eigentlich swabben? Ja, doch. Wir wollen ihn swabben. Und wir könnten... Ich weiß gerade nicht. Er macht sich, glaube ich, die Statuswerte weg. Und ich glaube, er macht auch unsere Statuswerte weg. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Also ich habe den Kampf schon vor einem Monat mal gemacht. Ich habe ihn nicht geschafft. Aber da hatte ich auch nur ein Eis vorzunehmen. Und zwar mein Main-Kartner. Und, und, Isabel. Halt, ne? Ah ja, okay. Okay. Dizzy. Macht er uns. Okay, okay, okay. Erstmal Energy Drain. Er kriegt auch richtig wenig Schaden, ne? Eigentlich. Egal. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Hm. Ja, komm. Okay. Ja, wir müssen swappen. Das ist zu riskant gerade. Wir haben leider... ...keine... ...Monster, die heilen können. Doch, ja. Okay. Dann holen wir dich mal rein. Du musst nochmal Rockwine. Das müsste ja trotzdem noch laufen bei ihm, ne? Ja. Nee. Nicht. So. Jetzt auf jeden Fall Eis. Und... Das ist okay. Das ist auch okay. So. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall nochmal dran. Das ist super. Und wir kriegen immer keinen Smurk. Das ist schlecht. Okay. Warte. Energy Drain. Nochmal Eis. Das läuft ganz gut mit dem Damage gerade. So. Hm. Wird die Frage, ob wir... Nee, wir machen nochmal... Also, wir machen jetzt Energy Drain. Wir brauchen ein bisschen Mana mit ihm jetzt. Mit ihr greifen wir trotzdem weiterhin an. Ja, er kann auch Energy Drain machen. Das bringt zwar... An einem gewissen Punkt nichts mehr, aber... Ja, gut. Du kannst theoretisch angreifen. Das ist okay. No Hatred. No Hatred. No Hatred. Ah, ja. Das ist... Das ist... Das ist... Das finde ich... Das fand ich, glaube ich, letztes Mal auch so fies. Dass der ständig... Dass der ständig sozusagen meinen Helden angegriffen hat. Und... Das ist krass eigentlich. Das ist so unfair in diesem Spiel hier. Das war eine Eins- von Vier-Chance. Aber ich glaube... Ich glaube, es gibt so eine Art Agro-Liste vielleicht auch. Das wäre mal auch vielleicht ein Problem sein. Ob die irgendwo versteckt ist, dass man da wirklich... Rauslesen könnte... Der so eine... Also... Ne? So eine Agro-Liste halt. Und ich glaube... Ich nehme mal einer War mit. So. Nur Sumi könnte... Ne. Die brauchen auf jeden Fall einer War. Na, mache ich. Ich zähle auf dich. Und dann werde ich auf jeden Fall... Alice reinnehmen. Denn die warft uns nämlich am Anfang. Aber ich will eigentlich... Später... Nicht diese... Mainstream-Monster drin haben. Also Alice würde ich jetzt eigentlich auch nicht... Weil die ist schon sehr Mainstream. Würde ich jetzt mal sagen. Ist gut. Keine Frage, aber... themselves... Ja. Oke, gut. Tschüss, ja. Nicht das. Ich bin jetzt fertig. Wirjugang. Tschüss, ja. I- FELIC.